Die Isla Sorna sollte eigentlich jedem Jurassic Park Fan ein Begriff sein. Ich meine, immerhin ist die Insel ja Schauplatz von Jurassic Park 2, also der Lost World Jurassic Park und auch Jurassic Park 3 spielt zum Großteil, beziehungsweise eigentlich komplett, auf Anlage B. Anlage B ist ja, so viel wir wissen, durch den sogenannten Hurricane Clarissa zerstört worden und wurde vor dieser Zerstörung als Brutstätte für die Dinosaurier benutzt, bevor sie eben dann von dieser Anlage B auf die Isla Nubla gebracht wurden. Das heißt ja, das gesamte Grundgerüst dieser Insel, das ist uns soweit bekannt, das kennen wir. Was wir allerdings nicht kennen ist die exakte Geschichte der Anlage B der Isla Sorna. Die hat mich gefragt, Tobi, kannst du mal ein Video über die sogenannte Anlage B machen, wo du einfach mal wirklich auf jedes Detail eingehst und sogar auf den Horror eingehst, der während des Hurricane Clarissa auf dieser Insel wirklich passiert ist. Und da habe ich mir gedacht, komm, das machst du jetzt mal. Ich habe für euch recherchiert und habe einige interessante Fakten herausgefunden, plus eben noch das Horrorszenario, was die Mitarbeiter auf der Insel ertragen mussten. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, fangen wir das Ganze mal so an, dass wir vielleicht mit einem Gerücht aufräumen, beziehungsweise, dass wir einfach mal eine Fan-Theorie nehmen, die sehr beliebt ist und zerstören die einfach mal ganz kurz. Dabei geht es nämlich um die Frage, wann der Hurricane Clarissa denn wirklich auf die Anlage B geschlagen ist. Und die meisten gehen davon aus, dass das ungefähr zur selben Zeit wie der Ingen-Vorfall in Jurassic Park 1 hätte passieren müssen. Zumindest im selben Jahr. Wie die Fan-Theorie darauf kommt, ist ganz einfach. John Hammond sagt in The Lost World, Jurassic Park 2 ja ganz klar, dass er es vier Jahre lang geschafft hat, die Einmischung durch den Menschen auf dieser Insel zu verhindern. Deswegen macht es irgendwo Sinn, davon auszugehen, ja, der Hurricane Clarissa muss also vor vier Jahren zum Zeitpunkt von The Lost World dafür gesorgt haben, dass die Dinosaurier freigekommen sind. Und ja, das ist eben dann der Zeitpunkt, an dem Hurricane Clarissa laut der Fan-Theorie die Insel hätte treffen müssen. Ich kann den Gedankengang nachvollziehen, doch ich habe mir am Anfang gedacht, ja, das sehe ich so ein. Allerdings ist das nicht der Fall. Wenn wir jetzt eben einfach mal ganz plump zurückrechnen, Jurassic Park 2 The Lost World spielt im Jahr 1997. 1997, ziehen wir davon eben vier Jahre ab, landen wir erneut im Jahr 1993. Ganz kurzer Fun-Fact und warum das so ist, darauf komme ich dann noch zu sprechen. Nein, The Hurricane Clarissa ist im Jahr 1995 auf die Isla Sorna geschlagen. Darauf gehe ich aber nachher nochmal ein. Außerdem werde ich auch nochmal genau darauf eingehen, warum John Hammond in The Lost World von diesen vier Jahren gesprochen hat. Denn damit meint er eigentlich was ganz anderes. Es wird also unfassbar interessant und naja, wir fangen jetzt einfach mal an, so die Grundkenntnisse über die Isla Sorna zu besprechen. Ebenfalls noch ein Fakt, den wir auch vorher klären sollten, ist, dass wir hier vom Filmkanon sprechen. Das ist ganz wichtig. Warum sage ich das? Im Buch gibt es keinen Harry Kane Clarissa. Im Buch ist der Grund, warum die Isla Sorna komplett verwildert und frei ist. Der Grund, dass Ingen einfach pleite gegangen ist und deswegen niemand mehr auf dieser Insel für Sicherheit gesorgt hat. Im Film ist das ja nicht der Fall. Im Film haben wir den Harry Kane bekommen und auf den gehen wir hier auch nochmal ein. Deswegen sage ich ganz klar, das hier ist der Filmkanon, nicht der Buchkanon. Die Isla Sorna befindet sich 333 Kilometer weit von Costa Rica entfernt, also vom nächstgelegenen Festland. Ebenfalls wissen wir, dass die Isla Sorna Teil der sogenannten Fünf Tode ist. Das wird uns ja auch in Jurassic Park 2 The Lost World erklärt, wo dann Nick Van Owen und Ian Malcolm und die gesamte Gruppe auf dem Boot von einem Bootsfahrer eben auf die Isla Sorna gebracht werden. Und er sagt dann eben, er fährt nicht näher an die Insel ran und dann wird er eben gefragt, warum denn nicht? Und er sagt dann, naja, die werden die Fünf Tode genannt. Allerdings wird im Film nie erklärt, warum die Insel wirklich die Fünf Tode heißt und der Grund dafür ist relativ simpel. Die Fünf Tode bezieht sich auf einen indianischen Ureinwohner-Mythos über einen mutigen Krieger, der es aber geschafft hat, durch seine mutigen Taten auf jeder einzelnen Insel zum Tode verurteilt zu werden. Deswegen eben auch der Name die Fünf Tode. Auf jeder Insel sollte dieser Mann dann eine andere Art der Hinrichtung erfahren. Na gucken, ob ich die alle noch zusammenkriege. Es war auf jeden Fall Erhängen, Verbrennen, Ertrinken, Zerquetschen und Enthaupten. Das sind die Fünf Tode, nach denen die Insel dann eben auch benannt wurde. Und wenn dich interessiert, wie genau das da abgelaufen ist oder was genau der Hintergrund hinter den Fünf Toten und dem Namen ist, dann habe ich hier oben mal ein Video für dich, da kannst du gerne mal draufklicken. Da habe ich so die komplette Timeline der Jurassic-Reihe zumindest mal begonnen zu besprechen. Schaust dir gerne mal an, dass das Ganze noch ein bisschen detaillierter erklärt, wenn es dich dann interessiert, was es mit den Fünf Toten auf sich hat. Aus dem offiziellen Jurassic World Compendium wissen wir ebenfalls, dass im Jahr 1997, also im selben Jahr, in dem sich auch The Lost World abspielt, John Hammond verstorben ist und dann die Masurani Corporation den Pachtvertrag von Ingen mit übernommen hat, weil Masurani eben Ingen aufgekauft hat, beziehungsweise eben übernommen hat. Somit ging auch der Pachtvertrag, den John Hammond damals für 99 Jahre bei der Regierung gepachtet hatte oder festgelegt hatte, dass die Insel für 99 Jahre an Ingen verpachtet werden sollte. Der Vertrag ging dann automatisch mit an die Masurani Corporation. Übrigens, ihr habt mich auch gefragt, ob auch die Isla Nubla so lange gepachtet wurde und die Antwort ist ja. Die Isla Nubla wurde ja zuallererst gepachtet, nachdem dann im Jahr 1980 dann erst die Isla Sorna dazu gepachtet wurde und beide haben eben einen Pachtvertrag von 99 Jahren mit dem Festland oder mit der Regierung von Costa Rica. Was die anderen Inseln der Fünf Tode angibt, davon gibt es keine offiziellen Daten. Da habt ihr mich auch schon darauf hingewiesen von wegen, naja, ist ja offiziell bestätigt, dass auch die anderen Inseln der Fünf Tode von Ingen gepachtet wurden. Da gibt es nichts Offizielles, das stimmt nicht. Es gibt Theorien, es würde Sinn machen, es wäre irgendwie logisch, ja, aber da gibt es nichts Offizielles. Was wir allerdings offiziell wissen ist, dass die Isla Nubla und die Isla Sorna beide für 99 Jahre gepachtet wurden und dass dieser Pachtvertrag von beiden Inseln auf Masurani überging, als dann eben John Hammond verstorben ist. Netter Funfact jetzt hier noch nebenbei, wo man jetzt wieder den moralischen Hintergrund von John Hammond anzweifeln könnte, weil ich mache es jetzt definitiv. John Hammond siedelte einfach die gesamten Ureinwohner, die noch auf der Isla Sorna lebten, um aufs Festland, auf dem extra ein Slump erbaut wurde, damit dieses Volk von der Insel eben, naja, weggebracht werden konnte, damit John Hammond auf der Insel ohne weitere Hindernisse, es wird wirklich von Hindernissen gesprochen, ähm, die Menschen, ähm, seine Arbeiten vollrichten konnte. Kurz nach der Umsiedlung der Ureinwohner entdeckte Robert Maldun auf der Insel eine ganze Reihe von alten Ruinen. Das sind Ruinen, die wir zum Beispiel auch im nicht offiziell kanonischen Spiel Jurassic Park Trespasser finden. Das Spiel war ursprünglich als Fortsetzung zu Jurassic Park 2 gedacht, sollte auch eigentlich Kanon werden, wurde aber irgendwie nicht fertiggestellt, beziehungsweise wurde das Ganze eben in den Kanon mit aufgenommen. Allerdings sind diese Ruinen wirklich offiziell Kanon, die befinden sich auf der Isla Sorna und anhand der Steinzeichnungen konnte sich Ingen dann auch die Geschichte der fünf Tode herausziehen, weil das da eben alles beschrieben, beziehungsweise mit bestimmten Zeichnungen aufgezeichnet worden ist. Die Legende vom tapferen Krieger, der auf allen fünf Inseln zum Tode verurteilt wurde. Da Ingen diese ganze Geschichte allerdings dann auch nur stückchenweise entschlüsseln konnte, ist auch nicht so ganz bekannt, warum ein tapferer Krieger auf allen fünf Inseln zum Tode verurteilt wurde. Also der Grund dafür ist nicht bekannt. Wir kennen eben nur die Geschichte, dass es eben so gewesen ist und eben auch die fünf verschiedenen Hinrichtungsarten, die ich dir eben gerade vorgestellt habe. Anlage B wurde also nun als Produktionsstätte für den Jurassic Park benutzt. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die Insel wesentlich größer ist als die Isla Nubla. Und da habt ihr mich auch angeschrieben und habt gesagt, Tobi, pass mal auf, ich finde es ein bisschen komisch, dass man den Park auf die kleinere Insel baut und die Produktionsstätte auf die größere Insel. Weil die Saurier doch eh von der Sorna auf die Nubla kommen. Würde es da nicht Sinn machen, das umzudrehen? Und nee, würde es nicht. Warum erkläre ich dir auch gerne? Die Isla Sorna diente nicht einfach nur als Produktionsstätte für Dinosaurier, sondern eben auch als Freifeld-Experiment-Ort für Dinosaurier. Was genau das heißt, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Auf jeden Fall ja, doch es hat Sinn gemacht oder es macht Sinn, dass die größere Insel die Produktionsstätte geworden ist. Ähnlich wie auch auf der Isla Nubla bezog John Hammond den Großteil der Energie, der eben die Gebäude oder auch Zäune auf der Insel, also auf der Isla Sorna betreiben sollte, aus Geothermalenergie. Das heißt auch aus dem unteren Grund, hier ist jetzt nur beschrieben, aus dem Grund der Isla Sorna, hier ist jetzt keine Rede von einem Vulkan, deswegen bin ich mir auch hier nicht ganz sicher, ob die Isla Sorna einen Vulkan hatte. Ich habe da jetzt nichts dazu gefunden, ich meine aber nein. Und dazu hat John Hammond auch noch einen gewaltigen Staudamm in der Mitte der Insel errichten lassen, der eben auch noch für sehr viel Energie sorgte. Und ich erwähne es immer wieder ganz gerne, weil auch ich damals gedacht habe, ja, die Insel geht jetzt in die Luft in Jurassic World 2, Fallen Kingdom. Warum hat man eigentlich einen Park auf einer Insel gebaut mit einem aktiven Vulkan? Ist das nicht ein bisschen dumm? Nee, der Grund dafür ist nämlich ganz einfach der, dass die Isla Nubla auch Energie durch Geothermalenergie gewonnen hat. Das heißt eben in dem Fall aus dem Vulkan, aus dem Inneren der Erde. Deswegen hat John Hammond den Jurassic Park auf eine aktive Vulkaninsel bauen lassen. Der Mann hat irgendwie nachhaltig gedacht, aber der Satz, ich habe keine Mühen und Kosten gescheut, weiß ich halt nicht. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr für Sicherheit sorgen können. Denn ganz ehrlich, sogar wenn der Jurassic Park nicht untergegangen wäre im allerersten Jurassic Park Film, wäre doch die Katastrophe von Jurassic World 2, Fallen Kingdom, doch trotzdem passiert, oder nicht? Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hat John Hammond sehr viel auf naturelle Energie gesetzt, weil er der Meinung war, dass diese Energie eben nicht erschöpfbar ist, beziehungsweise wesentlich schwerer erschöpfbar ist, als jetzt eben Energie, die auf andere Artenweise hergestellt wird. Der Staudamm hat nämlich zum Beispiel sein Wasser, logischerweise, aus dem offenen Meer bekommen. Dazu wurden Graben in die Seite der Insel reingebuddelt und damit wurde eben dann der Staudamm betrieben. Übrigens hat John Hammond sich auch gedacht, naja, in der Mitte der Insel ist ein riesiger Berg, der war ihm halt im Weg, denn dadurch hatten die Mitarbeiter immer um den Berg herumfahren müssen. Und deswegen haben sie einfach ein gewaltiges Loch, einen riesigen Tunnel, in die Mitte der Isla Sorna reingesprengt, um eben sich diesen Fahrtweg zu erfahren. Ersparen, zu ersparen. Ihr merkt also schon, dass das Umsiedeln der Ureinwohner schon einen ganz bestimmten Grund hatte, denn die Isla Sorna wurde maßgeblich verändert. Sowohl eben vom Staudamm her oder auch von den Wassern, die von der Seite hereingelassen wurden, als aber eben auch durch den gewaltigen Tunnel in der Mitte der Insel. Ebenfalls wurde ein Hafen im Süden der Isla Sorna errichtet. Zumindest ganz am Anfang war dieser Hafen der einzige, bis dann eben später im Verlaufe des Ausbaus der Isla Sorna auch noch im Westen und im Norden Docks errichtet wurden. Außerdem wird hier beschrieben, und jetzt wird es interessant für alle, die immer Lego Jurassic World als irgendwelche Quellen dahernehmen. Ebenfalls wurde jetzt hier beschrieben, dass der nördliche Teil der Isla Sorna der verwucherte Dschungelteil ist. Also der ist wesentlich tropischer als der untere südliche Teil. Und ebenfalls wurde im nördlichen Teil auch ein Flughafen gebaut oder eine kleine Landebahn, die wir aus Jurassic Park 3 kennen. Ja, Jurassic Park 3 spielt also oben im nördlichen Teil der Insel. Jetzt habe ich hier so ein Problem mit der Karte von Lego Jurassic World, weil die würde mir tatsächlich eher suggerieren, dass Jurassic Park 2 laut dem Lego Spiel im nördlichen Teil gespielt hätte und eher das Jurassic Park 3 im südlichen Teil gespielt hätte. Da kann man aber sagen, das ist offiziell falsch. Ich würde Lego Jurassic World so wie so nie als Quelle für irgendetwas hernehmen, weil das Spiel sich auch nur ganz grob an bestimmte kanonische Fakten halten muss. In der Regel halten sich die Entwickler auch da dran, ja. Aber sie sind eben nicht dazu gezwungen, diesen Kanon auch wirklich so einzuhalten, von dem einen oder anderen optischen oder eben auch von der Konstellation der verschiedenen Schauplätze. Deswegen wäre ich hier immer vorsichtig. Allerdings habe ich für euch herausgefunden, wie das Ganze denn gemeint ist. Ja, Jurassic Park 3 spielt tatsächlich im nördlichen Teil. Das ist offiziell Fakten. Ich habe es euch hier mal in die Karte eingezeichnet, wo jetzt denn Jurassic Park 3 spielt und wo Jurassic Park 2 spielt. Das heißt, die Karte aus Lego Jurassic World ist dabei nicht mehr unbedingt falsch, aber einfach nur sehr ungenau beschrieben. Denn hier sehen wir eben einfach nur, dass Jurassic Park 2 auf der Seite der Insel spielt, die aber eigentlich am nördlichsten nach oben geht. Allerdings spielt der Film offiziell auf der unteren Seite, während Jurassic Park 3 eher auf der Seite spielt, die ja weiter ins südliche runter geht. Der spielt aber oben im nördlichen Teil. Ist kompliziert, aber ich glaube, das ist ganz gut nachvollziehbar. Fand ich auch einen netten Side-Fact, weil mir auch immer wieder welche von euch geschrieben haben. Kannst du mal erklären, wo Jurassic Park 3 spielt und wo Jurassic Park 2 spielt? Das ist jetzt hier die Antwort offiziell bestätigt. John Hammond entschied sich außerdem, im Süden der Insel eine eigene Arbeitersiedlung aufzubauen, die mit einem Sicherheitszaun geschützt sein sollte. Das heißt, diese Siedlung, ja, das waren einfach Wohnsiedlungen für die Mitarbeiter, was ja auch Sinn macht, denn du fährst ja nicht einfach wie normale Menschen mit dem Auto oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad von Costa Rica vom Festland aus auf die Isla Sorna und das jeden Tag. Das geht natürlich nicht. Wenn du auf der Isla Sorna arbeitest, dann hast du da sehr wahrscheinlich auch längere Zeit leben und eben wohnen müssen. Aus diesem Grund wurde im Süden der Insel diese Arbeitersiedlung errichtet. In dieser Arbeitersiedlung hat übrigens auch Charlotte Lockwood längere Zeit gelebt, naja, bevor dann eben das Unglück auf der Isla Sorna passiert ist. Und jetzt wird es sehr interessant. 1981 hat John Hammond die Isla Sorna das erste Mal besucht, um eben bei dem Aufbau eines Satellitensystems mit dabei zu sein. Und das wird hier erstmal einfach so stehen gelassen in den offiziellen Quellen. Es wird nicht beschrieben, wofür die Satelliten denn wirklich eingesetzt worden wären. Die Antwort darauf finde ich unfassbar faszinierend und ich wette mit euch. Seid ehrlich, schreibt es mir in die Kommentare. Das wusstet ihr auch nicht. Nachdem der allererste Dinosaurier auf der Isla Sorna gezüchtet wurde, was übrigens ein Albertosaurus gewesen ist, der unter einer Hautinfektion litt und auch vom Verhalten her sehr aggressiv war, irgendwie muss ich wieder an den Spinosaurus denken, hat John Hammond herausgefunden oder haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass es einfach keine gute Idee ist, Dinosaurier in Gefangenschaft aufzuziehen. Denn dadurch wird das Verhalten der Tiere eben verändert oder eben auch Krankheiten gefördert. John Hammond entschied sich deswegen für einen radikalen Schritt. Der Albertosaurus wurde auf der Insel freigelassen. Ich habe dir wie immer alle Quellen in die Kommentare unten reingesetzt, beziehungsweise in die Beschreibung unten reingesetzt. Ich selbst habe da auch erstmal wirklich nachgucken müssen, ob das auch wirklich so ist. Aber das ist wirklich offiziell bestätigt, ja, der Albertosaurus wurde auf der Isla Sorna freigelassen. Kurz darauf setzte John Hammond diese Idee weiterhin fort und entschied, dass die Isla Sorna mehr wie eine Art Wildpark aufgebaut werden soll. Das heißt, es wurde ein weiterer Saurier gezüchtet, laut offiziellen Angaben war es ein Velociraptor und auch der wurde wieder freigelassen. Bei diesem Raptor wurde dann beobachtet, dass er sich nach und nach in die nördliche Region der Isla Sorna begeben hat und dann dort eben, naja, im Norden lebte, also quasi im tropischen Teil. Der Injun-Kongress stimmte also John Hammonds Idee zu und überlegte sich, naja, was für einen Sinn es denn machen würde, Dinosaurier einfach frei auf der Insel herumlaufen zu lassen, dass man die eben auch vom Verhalten her erforschen konnte. Denn du kannst die Kontrolle über diese Tiere nur erlangen, wenn man sie auch wirklich versteht. Kurz darauf wurde sogar für Dr. Henry Wu ein eigener kleiner Gebäudekomplex auf der Isla Sorna gebaut. Henry Wu hat es aber allerdings nie auf die Isla Sorna geschafft, weil dann eben der Zwischenfall passiert ist und, ähm, ja, der Rest ist Geschichte. Bis 1987 hat Injun es dann geschafft, 13 weitere Patente für sich selbst zu sichern und entschied sich dazu, noch weitere Spezies auf der Insel freizulassen. Das setzte natürlich voraus, dass die Mitarbeiter auch abgesichert worden wären. Das heißt, hier wurde das Prinzip ein bisschen umgekehrt. Dinosaurier durften sich frei auf der Insel bewegen, um eben in ihrem natürlichen Erlebensraum zu existieren, während die Mitarbeiter und die Menschen, die eben auf der Isla Sorna waren, in bestimmten Komplexen mit Zäunen eingepfercht wurden, um eben in Sicherheit darin arbeiten zu können. Das ist übrigens auch der Grund, warum John Hammond in Jurassic Park 2 von vier Jahren spricht. Darauf bin ich ja am Anfang mal eingegangen. John Hammond sagt ja, ich habe es vier Jahre lang geschafft, die Einmischung durch den Menschen zu verhindern. Hier geht er genau auf dieses Projekt ein. Denn das Ganze wurde 1993 wirklich umgesetzt. In diesem Jahr hat man sich dazu entschieden, dass die Isla Sorna nun Dinosaurier frei herumlaufen lässt, beziehungsweise bestimmte Spezies. Nicht jede Spezies, aber bestimmte Spezies, bestimmte Arten durften frei auf der Isla Sorna herumlaufen, während die Menschen eben in sogenannten Sicherheitszonen ihre Arbeiten vollrichten konnten. Und sogar ganze Hotelkomplexe, die gebaut wurden, um ausländische Wissenschaftler auf die Insel zu bekommen oder auf der Insel arbeiten zu lassen, wurden mit gewaltigen Zaunarealen umkettet, damit die eben keine Gefahr durch Dinosaurier erleiden mussten. Befürchten mussten. Ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt auch der Grund, warum John Hammond ein Satellitensystem installieren wollte, damit man so nämlich die Dinosaurier unter Kontrolle behalten konnte, beziehungsweise, dass man die ganzen Saurier, die eben freigelassen wurden, erforschen konnte und sicher gehen konnte, dass die eben nicht zu nah an die Siedlungen herankommen. Jetzt macht das alles wesentlich mehr Sinn, oder? Wieder so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, wieso wurde das nicht mal einfach in ein, zwei Nebensätzen erwähnt? Und ich glaube, dass das hier auch im Nachhinein erst dazu gedichtet wurde. Ich glaube, das war noch nicht so geplant gewesen, ist aber auf jeden Fall inzwischen offiziell Kanon. 1985 entschied man sich dann also dazu, noch weitere Dinosaurier zu züchten, die dann eben freigelassen wurden. Diese Saurier wurden dann kurz vor dem Injun-Vorfall aus dem ersten Jurassic Park-Film auch auf der Isla Srona wirklich freigelassen. Und darunter befinden sich sowohl der Albertosaurus, den ich eben gerade schon erwähnt habe, der Velociraptor, ein Tyrannosaurus rex, ein Brachiosaurus und ein Triceratops. Diese Tiere wurden von Anfang an auf der Insel freigelassen. Also wie gesagt, es wurden nicht sämtliche Saurier frei auf der Insel herumrennen gelassen, sondern eben nur ein paar ausgewählt, um an denen eben eine Feldforschung zu vollziehen. Das heißt, die Insel war nicht nur dafür da, um einfach ganz plump Dinosaurier zu erschaffen. Nein, die Insel hat auch dazu fungiert, um eben Tests mit diesen Dinosauriern zu machen. Wie verhalten die sich? Was fressen die sich? Welche Saurier sind vielleicht auch miteinander kompatibel? Was ich selber auch immer bei meinen Livestreams zu Jurassic World Evolution 2 selber herausfinden muss. Welche Pflanzenfresser kann ich hier zusammen in ein Gehege reinstecken? Das wurde auf der Isla Srona zum Beispiel auch noch eben mit erforscht. Mit unter der Hilfe von Dr. Henry Wu, der wie gesagt auf die Isla Srona reisen und auch mehr oder weniger ziehen sollte, um eben seine Forschung dann da vor Ort vollziehen zu können. Aus diesem Grund ist Dr. Henry Wu übrigens auch nach der Zerstörung der Isla Srona wieder auf die Isla Srona gereist, um da das Amalgam-Testing zu vollziehen. Da habe ich dir auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das habe ich dir in der Beschreibung unten drin verlinkt. Diese gesamten Forschungsapparaturen wurden nämlich schon auf die Isla Srona gebracht, damit Henry Wu eben genau diese Forschung beginnen konnte. Nur konnte er sie halt nie beginnen, weil danach eben, naja, die Katastrophe ihren Lauf genommen hatte. InGen erstellte, kurz nachdem eben diese Idee umgesetzt wurde, einen Verwaltungskomplex im Süden der Isla Srona. Und hier gehen Gerüchte davon aus, dass wir diesen Komplex sogar sehen. Und zwar in Jurassic Park 2 The Lost World, die Zentrale, in der Nick Van Oan dann eben auch das Festland anfunkt, um Hilfe zu rufen. Das Ganze ist nicht bestätigt. Dafür gibt es keine offiziellen Indizien, dass wir eben einfach nur diese Fan-Theorie, weil wir das Gebäude gesehen haben und das mitunter eins der einzigen Gebäude waren, wo das auch irgendwie Sinn ergeben würde. Indon selbst prüstete sich mit dem sogenannten Vogelkäfig, den wir auch aus Jurassic Park 3 kennen, als die größte technologische Meisterleistung, die sie jemals auf einer der beiden Inseln geschaffen haben. Hier sollten Tyrannodon eben auch geschaffen werden, mitunter auch an denen herumgeforscht werden, wie mit der Feldforschung bei anderen Dinosauriern. Da konnte man die ja eben nicht einfach freilassen, weil die wären sonst einfach weggeflogen. Deswegen hat man sich hier eben gesagt, okay, wir bauen einen riesigen Vogelkäfig auf und werden die Dinosaurier hier aufziehen, wir werden sie erforschen und danach erst in den Jurassic Park bringen. Im Jurassic Park-Film haben wir zwar auch nie einen Vogelkäfig gesehen, allerdings sehen wir in der Szene, in der sogenannten Lunch-Scene, wo dann eben die gesamte Gruppe beim Essen sitzt und mit John Hammond drüber spricht, dass der Park vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist. Da sehen wir im Hintergrund die Konzeptzeichnungen von dem sogenannten Vogelkäfig für den Jurassic Park auf der Isla Nubla. Deswegen kann es auch gut sein, dass man einfach die Tyrannodon hätte erst aufziehen wollen und eben warten wollen, bis der Vogelkäfig auch auf der Isla Nubla fertiggestellt wäre, um ihn darüber zu bringen. Da gibt es aber auch, wie gesagt, immer noch keine offiziellen Aufzeichnungen oder offiziellen Statements dann dazu, ob der Jurassic Park aus dem Film auch schon ein Gehege für diese Tiere gebaut hatte. Es gibt ein paar Spiele und ein paar Konzepte von Fans, die sagen eben, ja, ist schon da gewesen, aber es gibt keine offiziellen Zeichnungen oder irgendwelche Aussagen, dass das zu dem Zeitpunkt schon da gewesen ist. Eben nur Zeichnungen, dass der Jurassic Park auf der Isla Nubla auch schon einen Vogelkäfig geplant hatte. Interessant hierbei ist auch noch zu erwähnen, dass bei der allerersten Überfahrt von Dinosauriern, die von der Isla Sorna auf die Isla Nubla verschifft wurden, sich Komsugnatus auf das Schiff geschlichen haben. Das ist auch ein offizieller Fakt, das ist offiziell Kanon zu den Filmen. Steven Spielberg hat sogar angefangen, kleine animatronische Puppen von Kompis zu bauen, die eigentlich im ersten Film schon hätten einen Auftritt haben sollen. Die wurden aber aus welchem Grund auch immer noch nicht verwendet und deswegen haben wir sie dann erst in Jurassic Park 2 gesehen, also in The Lost World. Wie die Kompis freigekommen sind, ist auch nicht bekannt. Da wird wahrscheinlich irgendein Wissenschaftler einfach mal die Tür offen gelassen haben, dann sind die kleinen Kompis rausgerannt aufs Schiff, wurden dann eben auf die Isla Nubla rübergebracht und so haben sich dann die Tiere übrigens auch später aufs Festland und alles verbreitet. Was im Buch ja ein bisschen mehr beschrieben wird, im Film ist aber eben auch offiziell Kanon, dass die Komsugnatus sich schon von Anfang an auf den verschiedenen Inseln verbreitet hatten, weil sie eben als blinde Passagiere von der Isla Sorna auf die Isla Nubla gebracht wurden. 1995 krachte dann der Hurricane Clarissa auf die Isla Sorna und hier haben wir noch eine zweite Fan-Theorie, die sogar davon ausgeht, dass Robert Maldun den Sturm, den Hurricane Clarissa, bereits in Jurassic Park 1 gesehen hat. Da sehen wir im Hintergrund von Robert Maldun einen Sturm auf einem Bildschirm, auf einem Computerbildschirm und dann wird auch noch irgendwas gesagt von wegen, dass der Sturm sich auf die Insel zubewegt. Auch hier kann man offiziell sagen, das ist nicht richtig. Das hier ist nicht der Hurricane Clarissa. Da kann man ganz einfach daran erkennen, dass wir wissen, dass Clarissa zuerst die Isla Sorna getroffen hat. Das ist definitiv bestätigt. Laut dieser Computeranzeige von Robert Maldun müsste Clarissa aber zuerst die Isla Nubla getroffen haben und danach die Isla Sorna. Das ist aber falsch. Also die Isla Nubla ist definitiv vor der Sorna zerstört gewesen. Auch das ist offiziell bestätigt. So, wie komme ich jetzt eigentlich darauf zu sagen, ja, es ist offiziell, es ist ein Fakt, dass im Jahr 1995 Hurricane Clarissa auf die Isla Sorna geknallt ist. Grund dafür ist eine Aussage von John Hammond selber, die im Originaldrehbuch von The Lost World Jurassic Park 2 noch vorhanden war, die dann aber später aus dem Drehbuch geschnitten wurde oder gestrichen wurde. Das heißt, man kann es nicht offiziell zum Kanon hinzuzählen, aber auf jeden Fall ist das die am nächsten offizielle Erklärung, die wir jemals hatten. Denn diese Szene wurde von Spielberg einfach nur rausgeschnitten aus dem Film laut eigenen Angaben, weil sie zu viel Exposition geleistet hätte. Nicht, weil die Daten falsch wären. Das offizielle Zitat von John Hammond aus diesem herausgeschnittenen Dialog ist folgendes. Vor etwa 24 Monaten hat Hurricane Clarissa Anlage B ausgelöscht. Also vor zwei Jahren. Jurassic Park 2 The Lost World spielt im Jahr 1997. Zwei Jahre davon abgezogen, sind wir bei 95 gelandet. Aus diesem Grund ist das hier somit die offiziellste Angabe, die wir eben aktuell haben, dass Hurricane Clarissa im Jahr 1995 auf die Isla Sorna geknallt ist. Das waren jetzt aber auch wirklich einige Fakten und ich selber wusste davon wirklich viel nicht, was ich dann bei der Recherche später gemerkt habe. Zum Beispiel von den Feldtests wusste ich nichts, was aber auch Sinn ergibt, dass auf der Isla Sorna nie wirklich komplexe Areale von Gehegen gesehen werden. Wir sehen das eine Gehege, wo der Spinosaurus durchbricht. Wir sehen auch in The Lost World Jurassic Park 2 hier und da mal so Ansätze von irgendwelchen Gehegen. Aber die sind allen Anteil nach nur dafür da gewesen, um bestimmte Gebäudekomplexe abzuschirmen und nicht um Dinosaurier einzusperren, weil die ja frei auf der Insel herumgerannt sind. Allerdings waren das wie gesagt nicht alle, sondern nur ein paar Spezies. Bis dann der Hurricane Clarissa allerdings auf die Isla Sorna geknallt ist, ist dann das Chaos ausgebrochen. Plötzlich waren nämlich nicht nur alle Dinosaurier auf dem Festland unterwegs, nein, es waren auch noch die Zäune, die aus Sicherheit für die Mitarbeiter gebaut wurden, waren zum Großteil zerstört. Ebenfalls konnte die Rettungsaktion, oder die Evakuierung der Wissenschaftler und der Mitarbeiter von Ingen nicht sofort veranlasst werden, da der Hurricane so stark gewesen ist, dass weder eine Rettung per Boot, noch eine Rettung oder eine Evakuierung per Helikopter möglich gewesen sind. Das heißt, das Chaos war hier nahezu vorprogrammiert und ich bin der Meinung, dass der Unfall von der Isla Sorna noch wesentlich dramatischer und wesentlich brutaler gewesen sein muss, als die gesamte Isla Nubla-Geschichte. Die Menschen mussten hier also nicht nur mit dem Jagdverhalten der Velociraptoren zum Beispiel oder auch vom Tyrannosaurus Rex klarkommen, mussten sich irgendwo verstecken, nein, sie mussten auch noch den Hurricane selber überleben. Die Saurier haben kein anderes Schicksal dabei erfahren, denn ebenfalls wurde offiziell bestätigt, dass sogar mehrere Dinosaurier bei dem Hurricane Clarissa, als der eben auf die Insel gekommen ist, dabei ums Leben gekommen sind. Aus dem Playstation 1 Spiel The Lost World Jurassic Park kann man entnehmen, und das ist auch nicht offiziell Kanon, aber eben das Nächste, was wir an einem Kanon dran haben, ist eben dieses Spiel, dass die Evakuierung dieser Person erst vier Tage später hat stattgefunden. Das heißt, wir hätten hier einen Überlebenskampf der gesamten Wissenschaftler oder auch Mitarbeiter auf der Isla Sorna von vier Tagen gehabt. Es muss ein unfassbares Horrorszenario gewesen sein. Wenn wir uns einfach mal vorstellen, es ist mitten in der Nacht, plötzlich hört man, wie die Äste anfangen zu knacken, irgendwo aus dem hinteren Gebüsch fangen die Dinosaurier an, unruhig zu werden, fangen an, laut zu werden und zu schreien, es fängt an zu regnen, plötzlich biegen sich die Bäume um, die Zäune fangen an auszufallen, der Strom fängt an auszufallen, das Chaos bricht aus. Und zwischen Regen und purer Dunkelheit fängt dann der Albtraum an, der Überlebensalbtraum der Isla Sorna. Ich halte immer noch fest daran, dass wenn wir einen Film brauchen, dann ist es der. Ein Film über die Isla Sorna, am besten noch mit dem Amalgam-Testing zusammen, das wäre die perfekte Brücke zwischen Jurassic Park und Jurassic World. Jetzt wirst du immer gefragt, wie ist deine Meinung dazu, zu dem gesamten Thema Isla Sorna? Hast du alle Fakten gekannt, die ich dir eben gerade präsentiert hatte? Sei bitte ehrlich. Oder sagst du auch, okay, das ist mir jetzt aber auch neu gewesen? Ich bin auf jeden Fall fasziniert von der Geschichte der Isla Sorna, auch wenn ich immer noch glaube, dass man die hat weiter ausgearbeitet im Nachhinein. Das ist aber auf jeden Fall eine Geschichte, die erzählt werden sollte, um sie wirklich auch perfekt in den Kanon mit einzufügen. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.